Er ist es, Graham Bonny. Das ist der, der damals einfach mal das Telefonbuch auswendig gelernt hat und dann einen seiner größten Hits landete. Das war er. Hier ist der Superboy, Graham Bonny, die drei, viele 333. Zurzeit ist Graham Bonny beruflich sehr engagiert und steht in Köln abends auf der Bühne. Er beschäftigt sich mit der Geschichte seiner neuen alten Heimat, dem Deutschland, in dem er vor 50 Jahren die ersten Erfolge hatte. Er spielt nämlich in dem Musical Erdbeerbrause die Wirtschaftswunder-Revue sich selbst und lässt das Lebensgefühl der 60er wieder aufleben. Es war der Anfang von einer neuen Zukunft, neue Technologie, neue Farbe, Farbfernsehen und so weiter. Als ich angefangen habe, es war alles schwarz-weiß. Es war, jetzt geht's los. Zweimal wird Graham Bonny nun als Deutscher mit diesem Musical noch auf der Bühne stehen und mit seiner Nummer, wie hier in Köln, den Saal rocken. Try, 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 try on the telephone. Try, try, try on the hot-speed show.